Bei Atlas lief es anders als bei den Marines, aber das hat mich nicht gestört. Leben stehen auf dem Spiel. Die Streitkräfte von Atlas schreiten schnell ein, um die Geiseln zu retten. Verdammt noch mal, Gideon. Du bist ja fast ein Filmstar. Wird keinen Unsinn. Es ist vermutlich das erste Mal, dass dein Hinterwäldler Arsch einen sieht, der noch alle Zähne hat, aber reg dich nicht auf. Das ist echt witzig, weil deine Mutter... Wow. Seht ihr diesen Scheiß? Nicht übel, was? Du hattest Glück. Die KVA wird immer besser. Was wurde aus dem Kerl, den wir aus dem Wasser gefischt haben? Eins hat ihn übernommen. Ist mir recht. Krass, Mann. Einfach krass. Bleib locker. Bleib locker. Was, äh, könnt ihr für sie tun, Sir? Fürs Erste reicht ein Glas. Das geht noch besser. Setzt euch, Jungs. Beim Militär gibt es ein Sprichwort. Behandle deine Männer wie geliebte Söhne und sie folgen dir ins tiefste Tal. Ich verlor meinen Sohn. Und jetzt weiß ich, es zählt jeder Moment. Du musst sagen, was gesagt werden muss, solange du kannst. Ihr habt einen großartigen Job gemacht. Lagos bietet fantastische Perspektiven für Atlas. Und dafür danke ich euch. Auf euch, Männer. Das feiern tat gut. Aber Gideon hatte recht. Es war reines Glück. Und die KVA wurde immer besser. Und setzte sich täglich größere Ziele. Was ja überhaupt nicht passt. Oder also zum größten Teil nicht, finde ich, ist die, äh, die Synchro. Also die Synchronisationsstimmen sind zwar gut, aber mit Lippensynchron hat das nicht viel zu tun bei dem Spiel. Kleiner Kritikpunkt. Mich reichst sowas immer raus, wenn die Stimmen nicht so richtig passen zu den Lippen. Soldat. Ach, deswegen kann ich den Boostersprung nicht machen. Volker der Welt, ihr habt euch hinter dem Schutz der Technologie versteckt. Technologie ist wie Krebs. Ich werde euch von diesem Geschwür befreien. Ich setze die Welt zurück in ihren Ausgangszustand. Ich bin Hades. Ich bin euer Retter. Aris Zweier, bitte visuellen Überblick über Planverdraht. Bitte bestätigen. Sieht ihr das auch? Okay. Belästliche Daten zeigen, dass die KVA eine Kernschmelze im Reaktor auslösen will. Wir starten im südlichen Hof und rücken dann nach Norden vor. Wir beenden es im Kontrollraum. Los in Position. Deaktiviert man die Tarn. Freigabe für alle Ziele, Aura. Das tut ein Spaß, Mitchell. Siehst du aus. Ich komme hier. Nur mit mehr Strahlung. 2-4, Bodenluftrakete auf, 12 Uhr abgefeuert, Aura. Kontakt, Kontakt. Leite Schwarm gegen Wasser. Aura. 2-3, Raids 2-3, sind getroffen. 2-4, abgeschossen. 2-4, abgeschossen. 2-5, Position aufgeben und Alpha unterstützen. Over. Verstanden, 2-3. Wir haben Feinde in unserer Landesskunde verstanden. Roger. Bravo, die Dächer sichern. Mitchell, Ziele auf den Dächern abschießen. Wo ist meine andere Waspfer, die besser gezielt hat? Ach, da liegt auch noch wer hier. Gute Treffer. Wenn es zu lässt, sicher. Wir sehen den Position, Bravo. Bringen wir es hinter uns. Und runter. Eintracht. Die 2 im Einsatz, Server. Mitchell, Pfeilrutsche einsetzen. Alpha, wir sind am Boden. Dust noch 3 Uhr dazu. Willkommen. Wir kommen zur Party, Bravo. Sammeln. Malverschritte der Scheiße zu kommen. Wir rücken mit ihm zum Zielgebäude vor. Brustensprung aktivieren. Mitchell, hinter diese MCDs und Feuer erwidern. Hinter diesen Tode in Deckung gehen. Nutzen dahinter auf Noten. Solo gefallen. Solo gefallen. Wiederhole. Solo gefallen. Bard fulfilling. Wie? YouTubers, der MT ist noch aktiv. Soll sich verdammt nochmal jemand darum kümmern? Unser Brunnenpilot hat sich gerade eine Kugel angefangen, er ist tot! Dieses Ding trifft aber auch gar nicht. Was haben wir noch? Raketenfassung? Irgendwie knallt das nicht so richtig mit dem Geschütz. Der KVA hat zu ihm einen Titan auf den Hof gerollt. Verstanden, Bravo. Wir sehen einen Werfer ganz in der Nähe. Schnapp dir den Werfer und schalte den Titan aus. Den Werfer, den Werfer, nach vorne. Und was macht ihr in der Zeit? Ok, durch alles durchschießen können wir leider nicht. Den Titan mit dem Werfer erledigt. Ja, 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 ja. Du würdest ja auch nicht, wenn hier tausend Soldaten sind, nach vorne rennen. Und los geht's. Rüber. Ohhhh. Wäre schön, wenn der Warners hin schießen würde. Ups, Granate. Sieht mit dem Werfer, Mitchell. Sieht gut aus. Zweite zerstört. Gut gemacht, Mitchell. Achtung, Team Bravo. KVA-Techniker haben das Sicherheitsprotokoll überbrückt und versuchen einen GAU einzuleiten. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Verstanden, Profit. Wir sind unterwegs. Wir müssen zum Kontrollgebäude. Bewegung. Da bleiben wir. Erstmal bei Warngranaten. Nein. Das ist immer nicht schön gewesen. Achtet auf Zivilisten. Echt Zivilisten? Die auf dem Boden hier rumliegen? Am schnellsten kommen wir durch den Aufzugsschacht runter. Roger. Öffnen wir die Türen. Einer nach dem Anderen. Los. Mh, das heißt wir müssen wieder irgendwas aktivieren. Von unserem... Nein, nicht mehr nicht. Sicher. Ihr Klang. Bravo. Die Reaktortemperatur steigt an. Schlechte Neuigkeiten, oder? Die Marker sind unter der Norm, aber stabil. Können wir es noch schaffen? Das war ein Massaker. Weiter. Das war ein Massaker. Weiter. Das war ein Massaker. Weiter. Naja. Jungs. Kommt ihr? Karte. Die Tür öffnen. Verstanden. Ich sollte ihm folgen und bin schon vorne. Ist klar. Kontakt! Los, los, los! Bravo! Ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf den Balkon! Ausschreiben! Oh! Haben die das Eiche? Kranatenwarnung? Ich habe keine gesehen. Bravo! Ihr müsst so schnell wie möglich durch den Reaktor. Ziele auf dem Balkon! Ausschreiben! Oh Gott, das sind ja richtig wenig hier. Oh Mann ey! Das ist ja doch ein bisschen Reichweite. Na komm, 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 komm! Auf den! Weg mit dir! Zeig mal, wo noch mehr sind von denen. Dann durch können wir nicht schießen, aber da rein können wir schießen. Da haben wir doch auch eine Granate. Wann... ...wenn... ...TMP? Man sieht hier so gut, wo Gegner sind und wo nicht. Scheiße. Ja, mal schön eine taktische Granate schmeißen. Bis zum Kontrollraum sind es noch 300 Meter. Verstanden. Heftiger Widerstand im Reaktorraum. Verstanden. 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 Luft holen. Die Drohnen in der Luft. Ist das krass. Du checkst aber auch gar nicht, wie hier deine Leute sind. Oh, die Waffe ist geil. Eine Etage hoch zur Hauptebene. Mitchell, drück den Knopf. Errichte einen Schutz an der Tür. Ja. Ah, es ist... ... 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 Vielleicht hätten wir nicht in der Deckung bleiben sollen. Wir haben es fast geschafft! Bravo, es wird immer kritischer. Wir sind fast da! Sind wir hoch, runter? Ja, flieg mal da hoch, genau. Gott, wie viele sind denn hier? Das ist wie beim Mohrun, ey. Nur ein hübscher. Wofür brauchen die überhaupt noch Leute, wenn die solche Drohnen haben? Kontrollraum direkt voraus. Da ist er! Gott, alles okay? Mir geht's gut. Was zum Teufel ist gerade passiert? Sie haben die Tür präpariert. Diese Konsole ist noch aktiv. Einklinken und Diagnose starten. Los, an die Konsole! Müssen wir auch was machen? Mitchell, an die Konsole! Sag doch was! Die Kühlbetten müssen geflutet werden. Moment! Das Niveau sinkt! Die Dampfleitungen wurden unterbrochen. Was? Das war's doch stabil! Versuchen wir umleiten! Gideon! Kerntemperatur ist ethisch! Abbruch! Gideon! Ich mach das! Wir haben eine Stufe 7! Sofort aus dem Bereich weg! Scheiße! Verstanden! Bravo! Status ist kritisch! Weg hier! Das heißt, die Jungs können nichts mehr machen? Hverdeck! Wir wissen ja bei CoD of Duty das musste so sein! Geh ihn! Geh ihn! Geh ihn! Geh ihn! Vier auf! Bewegung los! Schlug! Schlug! Verdeckung! Krannere! Das hat dein Geigerzähler! Der ist ein Ordnung! Ein Verbeinigungsgericht! Perfett! KVA Heleys an den Nordturm! Bestätigt, Bravo 1. Wir haben sie auf der Anzeige. 3, 2, 3. Vordere sofortige Überbrüderung an. Verschlossen, Bravo 1. Wir sind 30 Sekunden da. Bravo. Drogenanzeigen sind kritisch. Alle Männer da raus. Ihr habt es nicht gehört. Beweg uns. Verdammt ein Mist. Was zum Teufel war das? Druckexplosion. Hier fliegt alles in die Luft. Man, das ist ein Geschenk des Himmels, 2, 3. Verstanden, 2, 3. Lend, los! Los, los! Der ist auf der Evakuierung! Immer weiter! Immer weiter! Der ist jetzt ein! Vor uns weiter! Vor uns weiter! Habe 10 Männer verloren und ein Dutzend Verwundete! 6, 2, 5, wurde abgeschossen! Alle Einheiten, landen und... Da ist er! Bring uns runter! Er ist tot! Prophet! Atlas Team evakuiert! Der Reich ist kompromittiert! Bleibt die verdammte Lust unter... Mitchell! Komm schon! An Bord! Los! Verloren! Ich schätze mal, dass wir da hinten nichts machen können. So, ein bisschen... Kleines Setback. Man wird nach hinten geschmissen. Exo-Fähigkeiten einsetzen. Ja, lieber noch ein bisschen mehr Exos machen. Und von mir aus noch ein bisschen... Oder ein bisschen Widerstand. Primärgranaten. Sprinten. Alles klar. Und weiter geht's! So, wieder geht's!